Am Landesgericht Wiener Neustadt beginnt in diesen Minuten ein aufsehenerregender Schlepperprozess. Angeklagt sind nämlich unter anderem vier Flüchtlinge, die mit ihrem Protest in der Votivkirche und dem Servitenkloster in Wien bekannt geworden sind. Der Prozess soll bis Anfang Mai laufen. Hier im Servitenkloster in Wien soll laut Anklage eine Schaltstelle der Schlepper gewesen sein. Mit Hilfe von Online-Plattformen und Handys sollen Flüchtlinge von Ungarn hierher gebracht worden sein, manche auch weiter nach Italien und Deutschland. Dafür sollen bis zu 600 Euro verlangt worden sein. Von ursprünglichen Vorwürfen wie Millionenverdiensten und grausamer Behandlung der Geschleppten steht nichts in der Anklage. Ich halte die Anklageschrift für aufgebauscht, insbesondere weil es einen internationalen erzählenden Teil hat. Da gibt es keine konkreten Bezüge, keine Beweise und ich weiß nicht, was das mit meinen Mandanten zu tun haben soll. Der Prozess soll bis Anfang Mai dauern. Bei einer Verurteilung wegen gewerbsmäßiger Schlepperei und Bandenbildung drohen den acht Angeklagten bis zu zehn Jahre Haft. Sollt. 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 Vielen Dank.